Wo bist du denn? Ich bin einfach nicht da. Ich bin noch in der Bundesliga. Die haben dich vergessen, Mann. Ich schwöre. Guck mal in den Innenverträger, vielleicht bin ich da. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute haben wir wieder zwei besondere Gäste am Start. Einmal Moukoko, wie geht's dir? Gut, danke selbst. Alles super. Und Modest, mein Lieber, alles fit? Gut, danke. Stabil. Ja, Freunde, wir werden heute unser FIFA 23 Starter-Team bauen. Mit dem neuen Chemiesystem. Aber wir werden ein Bundesliga-Starter-Team bauen. Und wir haben diesmal so ein bisschen die Challenge. Wir haben einen sehr jungen Spieler und einen etwas älteren Spieler. Ich glaube, wir sind fast doppelt so alt. Ja, ja, ganz genau. Ja, doppelt so alt. Und spielt ihr beiden auch FIFA so generell, privat? Ich überhaupt nicht. Gar nicht? Auch nicht Ultimate Team und so? Gar nichts. Gar nichts? Ja, ich zock ein bisschen. Ich bin zu alt dafür. Zu alt? Ach, klar, FIFA kann man immer spielen. Ja, wir werden jetzt unser Starter-Team bauen. Und was würdet ihr sagen, nehmen wir für eine Formation? Äh, 4-4-2. 4-4-2? Bist du damit einverstanden? Lieber 4-2-3-1. Aber... Egal, der Ältere. Ja, genau. Okay, 4-2-3-1. Also es gibt jetzt auch so ein neues Chemiesystem, aber darauf müssen wir gar nicht so sehr achten, weil wir nur ein Bundesliga-Team bauen. Es war ja früher so, dass die Spieler so miteinander gelinkt sind. Und jetzt kann zum Beispiel auch ein Stürmer mit dem Torwart linken. Ah, okay. So, packen wir eine neue rein. Die Werte sind jetzt noch nicht aktuell. So, Außenverteidigung. Ich kann euch auch gerne zeigen, wen es so gibt immer, damit ihr seht, wer am Start ist. Bundesliga. So. Davis? Ja, der stimmt. Ja. 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 Ja, Pace ist wichtig in FIFA, ne? 96 von Stabil. Was sagt die rechts? Äh, sag uns, wenn es gibt. Ja. Warte. Cafu. Warte, warte. Ach. Boah, eben wieder den oder Mini? Ja, ich denke Mini. Mini, ne? Ja. Okay, dann nehmen wir den. Innenverteidigung. Ganz wichtig. Tempo. Physis. Och. Gibt schon ein paar gute, ne? Ja, deswegen müsst ihr euch jetzt abstimmen. Also viele spielen am Anfang zum Beispiel Lacroix, weil der halt sehr viel Tempo hat. Der ist auch teurer. Ja. Aber Taksoba ist auch gut, ne? Ja, Bobekano ist auch stark. Schwierig. Gehst du mehr so auf die älteren Spieler oder jüngere? Was würdest du sagen? Ja, jüngere. Und du bist schon auf ältere, oder? Ja. Auf die Erfahrung. Also dann müssen wir dann Süle mitnehmen. Ja, aber Süle hat's viele Paarungen schon, ne? Ja. Also Süle. Dann wäre Süle, ja. Und wen noch? Dann wähle ich beide aus. Dann nehmen wir Süle und Lacroix. Okay, machen wir so. Süle und Lacroix. Also eine ältere Spieler und eine jüngere Spieler. Ja, perfekt. Gute Kombi. So, und jetzt machen wir die beiden ZDMs, links und rechts. Pelé. Ja Pelé, komm. Pack mal rein. Boah. Da gibt's jetzt viele Auswahl. Aber hier ist jetzt alles drin, ne? Auch ZDMs. Der Sechser, ne? Genau. Ja, Kimmich. Okay. Kimmich links. Was sagt ihr rechts? Torwart. Boah, Leimer ist auch Maschinen, Impressen, Maschine, ne? Boah. Sag du. Also Kimmich nehmt ihr beide Save auf der Sechs? Ja. Können wir mal auf die nächste Seite? Ja. Box-zu-Box-Spieler, ne? Okay, die gibt's halt auch noch. Der ist halt weniger Rating und so. Ja. Aber sagt ihr? Die zwei, Goretzka und Kimmich? Ja. So, dann haben wir jetzt, das sind die drei ZDM-Spieler. Das wird jetzt interessant, weil da gibt's viele Auswahl. Also ich würde... Können wir nehmen Kuku? Ein Kuku oder Marco, ne? Also auf der Mitte, wen würdet ihr nehmen? Einen Kuku, ne? Einen Kuku? Ja. Okay, dann pack ich den da hin. So, dann die zwei. Ja, wir haben Marco, ne? Jetzt haben wir noch die andere Seite. Mal ein bisschen gucken. Wir können euch auch da hinpacken, aber ich glaube ihr habt da nicht volle Chemie. Nee, nee. Ja, ich würde Marco sagen. Marco? Ja. Okay, dann nehmen wir Marco links. Und wir nehmen mal rechts. Jetzt musst du entscheiden. Hero-Karten gibt's ja auch hier zum Beispiel. Rücken gibt's. Andere Seite. Erst schon ist auch da. Gibt's schon sehr viele, die auch wahrscheinlich ein Upgrade kriegen werden. Der ist auch nicht schon überlegen. Wer ist dir noch im Kopf? Was sagst du? Ja, aber wir haben von den Frauen müssen wir einen schnellen Junge. Ja, dann Florian wird's. Oder Jamal muss er mal. Momentan muss er auch da kommen. Okay, da wird bestimmt auch ein großes Upgrade kriegen. Und jetzt Stürmer. Jetzt will ich einen von euren beiden Namen hören. Jetzt beginnt der Streit hier. Boah, äh. Erste Seite nicht. Stimme. Doch, doch. Erste Seite schon. Also. Werner vielleicht. Nein, Werner ist gar nicht Stimme. Alle? Ja. Gibt andere Dinge? Ja. Und, äh. Mach's groß. Ich bitte euch, ja. Der ist zehn in meinen Augen. Andere Seite, oder? Gib ihm noch einen, glaube ich, drei. Da bist du ja. Ach, nee. Ich nicht. Komm, rein da. Wo bin ich? Du bist ganz hinten, ne? Also hinter mir. Wo bist du denn? Ich bin einfach nicht da. Ich bin noch in der Bundesliga. Die haben dich vergessen, Mann. Ich höre. Warte mal, das kann nicht sein. Scheiße. Guck mal, Innenverträger. Vielleicht bin ich da. Probier mal. Du bist nicht da. Wo bist du? Da bist du. 72er. 72er. Nur drei mehr als ich, also. Sagt ihr einen von euch, oder wollt ihr lieber einen auswählen von den anderen? Okay, wir machen Modest vorne. Weil der nicht so viel auswählen dürfte. Ja, genau. Komm. So, das war euer Team. Was sagt ihr? Seid ihr zufrieden, oder wollt ihr noch was abändern, wenn ihr das jetzt so noch mal komplett sieht? Ne, ich bin so... Hast du dich nicht? Vielleicht machen wir den Kukuhi und Marco in Zähne. Ja, genau. Marco in Zähne. Ja. Also dann bin ich zufrieden. Ja? Ja. Ja. Okay. Hinten ist Tempo da. Vorne haben wir, also in der Mitte haben wir einen Spieler, der grätschen kann. Und Goresca, der so Box-zu-Box-Spieler ist Marco, Intelligent und Kunku. Torschuss, Musiala, Tore und Vorlage und Modest-Kaufball. Also passt. Ja, perfekt. Leute, dann haben wir unser FIFA 23 Starter Team fertig gebaut. Also es wird wahrscheinlich sehr teuer sein, das kann sich nicht jeder leisten am Anfang, aber so mit der Zeit wird man sich das schon holen können. Auf jeden Fall Bock gemacht. Danke Jungs, dass ihr am Start wart. Gerne, gerne. Und lasst einen Daumen da oben da, abonniert den Kanal, wir sind raus und ciao. Ja. 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 Ja.